Rechtsformen Österreich, die offene Gesellschaft oder auch kurz OG. Die offene Gesellschaft gehört zur Kategorie der Personengesellschaft und wird von mindestens zwei Personen gegründet. Das heißt, wir benötigen für die Gründung einer offenen Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter. Sollten Sie alleine ein Unternehmen gründen möchten, dann ist dementsprechend eben die offene Gesellschaft hierfür nicht geeignet. Die Gründung erfolgt einerseits durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages und andererseits durch die Eintragung ins Firmenbuch. Die Eintragung ins Firmenbuch ist bei einer offenen Gesellschaft verpflichtet und darüber hinaus sind Sie auch noch verpflichtet, eben den Zusatz in der Firma OG anzugeben. Den Gesellschaftsvertrag oder der Gesellschaftsvertrag, welchen es abzuschließen gilt, unterliegt keinen formalen Kriterien. Das heißt, Sie könnten diesen Gesellschaftsvertrag auch rein theoretisch mündlich abschließen, wovon jedoch abzuraten ist. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Wenn es in weiterer Folge oder in späterer Folge zu Diskussionen kommt, dann steht Aussage gegen Aussage und Sie haben keine schriftliche Vereinbarung, auf die Sie zurückgreifen können im Rahmen Ihrer Rechtsdurchsetzung. Gehen wir nun weiter zum zweiten Auswahlkriterium für die jeweiligen Rechtsformen und zwar zur Kapitalaufbringung. Im Rahmen der Gründung einer offenen Gesellschaft ist keine verpflichtende Kapitaleinlage erforderlich. Das heißt, Sie könnten eine offene Gesellschaft rein theoretisch auch mit 0 Euro gründen, wobei es hier immer zu bedenken gibt, dass gerade speziell im Rahmen einer Unternehmensgründung einige Anschaffungen notwendig sind bzw. Kosten anfallen. Beispielsweise, wenn Sie ein Notebook benötigen, die Geschäftserstattung, also eine Büroeinrichtung oder ähnliches, dann wird am Anfang ein gewisses Kapital benötigt. Aber, wie bereits erwähnt, gesetzlich ist keine Kapitaleinlage vorgeschrieben. Wie sieht es mit der Hoffnung bei der offenen Gesellschaft aus? Bei der OG haften alle Gesellschafter persönlich unbeschränkt, solidarisch und unmittelbar. Das bedeutet, alle Gesellschafter haften mit ihrem Privatvermögen, sie haften für die kompletten Schulden der Gesellschaft, also der offenen Gesellschaft und derjenige, der eine Forderung gegenüber der offenen Gesellschaft hat, kann in beliebiger Reihenfolge auf die Gesellschafter zugehen. Das heißt, hier gibt es keine Haftungsbeschränkung und alle Gesellschafter agieren als Vollhafter. Wer hat die Leitungsbefugnis bzw. ein Kontrollrecht bei einer offenen Gesellschaft? Die Leitungsbefugnis und auch die Kontrolle erfolgt grundsätzlich durch alle Gesellschafter. Das heißt, alle Gesellschafter dürfen das Unternehmen leiten und auch vertreten, sowie verfügen über ein Kontrollrecht. Die Leitungsbefugnis kann jedoch mit Hilfe des Gesellschaftsvertrages eingeschränkt werden, allerdings nur die Leitungsbefugnis und die Vertretungsbefugnis. Nicht eingeschränkt werden kann das Kontrollrecht. Also unabhängig davon, was im Gesellschaftsvertrag vereinbart wird, das Kontrollrecht bleibt für alle Gesellschafter aufrecht. Sehen wir uns abschließend nun noch an, wie es mit der Gewinnverteilung, also mit der Erfolgsverteilung bzw. mit der ertragssteuerlichen Belastung bei einer offenen Gesellschaft aussieht. Die Gewinnverteilung erfolgt grundsätzlich gemäß der Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag. Also wenn Sie beispielsweise vereinbart haben, dass Sie beide 50% Eigentümer dieser Gesellschaft sind, dann wird im Regelfall auch die Gewinnverteilung 50-50 erfolgen. Das heißt, beide haben denselben Anspruch auf den Gewinn, kann jedoch individuell vereinbart werden im Rahmen des Gesellschaftsvertrages. Und in Bezug auf die ertragssteuerliche Belastung ist bei einer offenen Gesellschaft auch zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft selbst nicht einkommensteuerpflichtig ist, sondern die Gewinne werden auf der Ebene der Gesellschafter besteuert. Das heißt, die Gesellschafter selbst sind einkommensteuerpflichtig, jedoch nicht die OG. Und die Besteuerung der Gewinne erfolgt gemäß dem Einkommensteuertarif, also gemäß der Tarifstufe, in welcher sich der jeweilige Gesellschafter befindet.